Musik 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir werden sie sehen, weil wir verstehen, dass sie Golf spielt und nicht nur spielt, sie ist gut. Wir haben auch die Marathon-Races und wir haben die Erwachsener-Epoline. Wir sind Glück, so Glück, dass sie dieses Wochenende, dieses Episode, wir werden sie sehen. Jetzt werden wir uns mit Fisiwes, die Aufmerksamkeit ist, die Wendan-Efele. Hier ist sie. Hi. Hi, hi. Jan. Ich bin gut. Ich bin gut, danke. Mein Name ist Fisiwe Wilane. Ich bin in meinem 30s. Ich bin Mutter. Meine Freunde meinten Fiso-V. Ich liebe Bücher, ich bin ein Buchwammer. Ich bin auch in Sport. Ich mache drei Sport. Ich bin ein Fan-lovinger Mensch. Ich bin ein Fan-lovinger Mensch. Heute werden wir dich folgen, nicht nur heute, sondern auch das ganze Wochenende. Wir werden dich sehen. Wir werden dich sehen. Ich bin ein Fan-lovinger Mensch. 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 Ich glaube, ich denke, dass ich nur 8.5 Uhr arbeite, auf dem Monday-Friday. Ich glaube, dass ich nicht nur 8.5 Uhr arbeite. Ich glaube, dass ich nicht nur 8.5 Uhr arbeite. Ich glaube, dass ich nicht nur 8.5 Uhr arbeite. Wo hast du die Zeit für die Balance? Balance. Work-Life-Balance ist sehr wichtig. Als wir arbeiten, wir müssen noch andere Dinge außerhalb der Arbeit machen. Und für mich, Sport ist wichtig, in dem Sinne, dass es auch nur stress-frei ist. Es ist eine hohe Pressure-Balance. Es ist immer etwas passiert. Ich weiß nicht, dass ich das nicht so mache. Du musst, wie sie mit ihnen lösen, in dem Sinne, dass ich die Stimme auswählen würde. Ich sage, ich mache Zeit für alle Dinge, die ich denke, sind wichtig. Sport ist wichtig. Ich sage, ich sage, wir gehen nach Ekalven. Wir gehen nach Ekalven. Wir gehen nach Ekalven. Und wir gehen nach Ekalven. Ich denke, wir gehen nach Ekalven. Ich sage, wir müssen uns alles geben. Dann sind wir damit, welche Teile zu führen. Hier gehen wir Es ist ein Freitag, die Leg of Lampen. Es ist ein Freitag. Und die Golfers kommen und spielen gegen jemanden, die für den Nachmittag auf dem Freitag. So far, ich bin gut. Sie spielen gegen Frauen? Nein. Sie sind Frauen als Teil des Feldes. Aber ich hatte drei Männer als Teil meiner Fauxball. Oh, so Sie sind gegen Frauen? Ja, ich bin gegen Frauen. Sie sind gegen die Golf. Wie starten Sie mit dem Golf? Wir kennen die Corporate Fisiwe, aber jetzt sind wir die Sportwomen Fisiwe. Okay. Golf hat eigentlich angefangen, ich denke, es war eher die Situation. Weil ich arbeite in der Golf im Bereich von Sponsorships und ich musste auf dem Kurs für den ganzen Tag. Eventually, ich habe einfach gedacht, ich habe besser benutzt, ich würde einfach spielen. Also habe ich angefangen, und ich war nicht wirklich, wirklich gut, aber ich denke, jetzt ist es, aber es ist auch ein guter Weg zu gehen und schnauern meine Legen. Ja, gut. Resultat? Ja, gut. Ja, gut. Okay. Okay. Ich habe auch. Es ist ein guter Weg, denn ich muss einen kleinen Weg machen. Ich bin ein guter Weg, aber ich werde einfach eine Waffe machen. Nein, nein, nein. Ich denke, dass du etwas noch nicht schnauernest. Ich nehme mich auf die Spitze, wie ich das noch nicht schnauern. Nein, ich denke, dass du etwas schnauernest. Aber ich denke, dass du etwas schnauernest. Aber ich bin gut. Ich bin gut. Der Grupp ist okay, oder? Um, nicht perfekt, aber für dich, ich denke, ich mache viele Kompromisse. Für den ersten Mal, wenn ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. Aber es ist nicht so gut. Oh, gut, Lord. Ja, du musst du practiceieren. Ah! Oh, das ist das. Nein, nein, nein. Ich habe mich nicht so gut. Ich habe mich nicht so gut. Genau. Er konnte gut mit dem Ballen und er hat ihn. Aber es ging in die Raffa und nicht so viel distance. Das sind zwei Punkte. Erstens, die Ballen auf der Weg. Erstens, die Ballen so weit wie möglich. So auf dem Fall, ich habe meine Reservations. Du bist mein Kedde, also musst du meine Beine tragen. Ich bin. Aber ich weiß nicht, wie ich das. Wie ein Backpack. Wie ein Backpack. Wie ein Backpack. So, wie das. Ja. Oh, oh. Da. Da, du bist. Perfect. Okay, ich bin gut. Ich denke, ich bin besser hier, als ich spiele. Ich bin gut. 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 Wie soll ich das? Und es ist eigentlich ein Turnier tomorrow? Ja. Es ist eigentlich ein Rennen. Tomorrow ist es ein Rennen. Es ist ein Rennen. Es ist ein Rennen. Und ich bin gut. Also, ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Die 5-7 imtitel. 8 a.m. Parkrun, ist fünf Kilometre. Es läuft durch die Kursche. Wenn man sich auf die Kursche geht, dann geht es weiter und dann zurück. Und meine Zeitzeit ist jetzt drei, vier Minuten. Die Welt-Rekorde ist neun Minuten. Die Frauen-Rekorde ist 12 Minuten. Also, ich bin unter 30. Das wäre gut für mich, in den nächsten drei Monaten. Okay, so, du spielst du Golf? Ja. Ich glaube, du spielst du Golf ist deine erste Liebe? Ja, jetzt ist es. Vorher zu gehen. Du gehst? Ja. Und die Soccer? Ich spiel in die Soccer, ja. Ja, das ist meine dritte. Ich bin nicht sehr gut, aber ich denke, dass meine Fitness kommt. Ja, das ist meine dritte. Ja, das ist meine dritte. Sie sehen, dass sie auf dem Marathon fahren. Und sie sehen, dass sie auf dem Soccer spielen. Sie sehen, dass sie nicht die typische Frau. Sie sehen, dass sie auf dem Sport spielen. Sie sehen, dass sie auf dem Sport spielen. Und ich glaube, sie sehen, dass sie auf dem Lallama Sport spielen. Ich denke, es ist besser. Weil Lallama Sport ist eine Komplementärin. Mein Rennen bleibt mir fit. Ich würde nicht mehr so viel fahren, wenn ich nicht runne. Das gilt auch für Soccer. Die Rennen ist nicht nach drei Minuten. Wenn ich mich über die Lalle auf die Herausforderung finde, das ist es für die Herausforderung. Wenn ich mich über die Herausforderung habe, dann habe ich mich über die Herausforderung. Aber ich habe mich über die Herausforderung. So, wir kommen mit Fisiwe. Wir kommen mit Kichima. Das ist die Nummer 1. Und wir können uns die Rekord machen. Ja. Wir sehen, ob wir das können. Wir haben die Kichima gemacht. 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 Wir sagen, wie geht's das? Wir sind die Kichima. Wir können uns auf 10 Kilometer herkennen. Ich gebe das jetzt zum ersten Mal an. Natürlich. Mein Flera ist bereit. Ja, ich bin. Wir können uns um Kichima geteuer. Das war ein bisschen. Ich will 40 Kilometer. Es kann nur 10 Kilometer sein. Was muss mich zurückhalten? Was ist es richtig? Nein, ich würde es nicht mitbringen. Ich würde es nicht mitnehmen. Stimm es einfach. Ich würde es nicht mitnehmen, aber ich würde es nur sagen. Das wäre es nicht mit einem klaren Ration, weil ich die Zeit auch nicht mitnehmen. Gut, ich würde es tun. Okay, ich würde es tun. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ladies and gentlemen, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 every Monday every Monday. Untertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 dip in ho 56 untertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020